Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Danke. We have to score. We have to score. We have to score. And if you don't let your sweetpeats go do. Oh, man. This was actually too big. This is my dressing room question show. Sind das noch Falten in deinem Kopf? Hast du nicht nur die Falte hingesetzt? Du bist ja nicht doch gerade erst gemügelt. Du darfst dich doch nicht damit einsetzen. Du musst dir das vorstellen. Das Licht ist genau so. Da sieht man jede Falte. Jede Knitter. Und überhaupt, du trägst viel zu viel Rouge. Und manche Schultern noch impfen. Hast du schon wieder bei Rollenkampfen zu schlafen? Und das Trotzdem ist ja viel zu. Aber nein. Weißt du, wie mich das aufbricht? Das kann ich dir sagen. Das legt mich sowas sehr auf. Du hast alles kaputt gemacht. Ich bin absolut enttäuscht. Lassen Sie sich einfach damit hinlücken. Sie weiß doch, wie wichtig die Show ist. Ich bin absolut. Du hast alles kaputt gemacht. Ich bin absolut. Du hast dich nicht. Ich bin absolut. Ich bin der Mann, der Mann, der hat mich geholfen Du möchtest die Zander, die wachsen nicht Kannst du mir noch mal was sagen? Aber ja! Natürlich! Na ja! Nicht so, was du... Das gibt Fangen! Und sagen wir, im Charlaton gibt es einen Absurdenbruch, in der man ganz besondere Tiere kaufen kann. Gefährliche Wesen. Sollte 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 Wesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willst du das etwa abschneiden? Vater hat dich immer beschützt. Wenn Papa eine Schwäche hatte, dann warst du das. Du, du hast Vater getötet. Ah, ich will! Es ist mir egal, was du durchschlägst. Aber richtig gefällt es nicht, deine Waffe auf deinem Leben. Ich sage dir, ich habe den alten Licht getötet. Schießt doch, wenn du glaubst, dass du dich dann besser fühlst. Denk ich nicht so schlecht von dir. Ich kämpfe mich gegen meine kleinen Brüder. Ich will nicht nur Exorzist werden, weil ich Rachen nehmen will. Ich will einfach nur stärker werden als alle. Es soll nie wieder jemand schwärmen, wenn ich mich in der Lage will, mich selbst zu beschützen. Yukio, sag mal, willst du nicht viel lieber als in Axt vor der Dunkelheit zu leben, stärker werden und deinen Bruder beschützen? Es war genau so. Ich verstehe nicht. Auch ich bin Exorzist geworden, weil ich stärker werden wollte. Aus genau den gleichen Gründen wie du, Bruder. Ich wollte dich immer beschützen, Elf. Das wusste ich nicht. Da außerdem brauchst du mich nicht beschützen. Ich bin immer noch der Älter von uns beiden. Du kannst mir lieber Elfern-Exos wissen zu werden. Das ist aber ein steigender Weg. Das solltest du wissen. Alles klar, Herr Elber. Und heißt das jetzt? Wir haben uns gerade mit zwei Rolltippen genommen. Lass mich gefährdest da raus. Lass mich gefährdest da raus. Ich bin nur dein Exorzist. Ich bin nur dein Exorzist. Ich bin nur dein Exorzist. ich bin nur ein Freund. Ich bin Facebook. ...my...my friend? I'm not alone anymore. Gryffin! Gryffin! What have you done to you, you monsters? Tell me! Your race needs peace, never mind. He is the war of the hallowing of darkness. Arise, the angel! It's not too late. I can still save you. No. You will become my final sacrifice. I can still pass. You must kill me. I can still save you. You must... ...don't take me. I can still save you. You must keep on fighting. We are staying for Quirk, Casca, my friends and all of us good. For as long as I keep on fighting, there is all of us. We shall see about that old friend. Ich habe mit so einer Lüge geschrieben. Ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll. Ich glaube, ich liebe ihn, aber ich bin mir nicht sicher. Ach, Schau mal. Sakura, wie wird Ihre Antwort sein? Ob Sie das selber empfindet wie ich? So viel Zeit ist drei Tage, seit ich es ihr gestaltet habe. Aber ich darf Sie nicht unterbruch setzen. Ich muss warten, bis Sie bereit ist, mir zu antworten. Schau mal. Sakura. Ich muss Ihnen eine Antwort geben. Schau mal, ich... Nein, Sakura. Du solltest dich nicht deswegen mehr zu antworten. Lass dir einfach noch ein wenig Zeit. Aber, Schau mal. Schluss, wir dürfen mächtige Schlempfe berührt. Sei in dein wahres Äußeres. Ich, Sakura, befehle es dir. Gib das Siege frei. Glor. Ich nehme dir schon auf. Hausest du darfst. яг Sebastian. Geil meine Hand. Geil ein pues16rasil. Geil einpoints. Müssen Sie 170-1-2-2-2-2-2-3-2-4-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-4-4-4-5-4-4-5-4-6-5-4-4-4-6-7-5-5-4-4-5-4-5-7-6-4-4-6-6-4-5-5-4-5-7-1-6-4.今回 eine Art von Äußerstaco Б scützt Näpfe accred침. So won't you promise me, that's what I'll forget To keep dancing with the love we gon' make It's not a catch of life in the chances of what it needs to be I'm not you It's not a catch of life in the chances of feeling the way we do Can we have these steps together? We just keep on getting better It's something I am, it's not a catch of life, it's not a catch of life It's not a catch of life It's not a catch of life And how do you get ready? And you become a catch of life And you are not willing, so that I get ready I will become a catch of life Aua, Aua! Hörst du mir! Aua, Aua! Nimm deine Brust bitte von mir! Hä? Ich hab das gar nicht... Jetzt noch in Koma! Ah, ah! Jetzt bewegt er durch den Wagen. Hier! Uuuuh! Uuuuh! Das schmeckt echt so falsch! Nein, 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 du dumm Kopf! Wie muss man vorher kochen? Ich glaub, da ist der Dornmuster verloren! Ah, Moment! Ich sing dir mein schönstes Lied! Na dann! Wahnsinn! Was müssen wir denn damit sagen? Gib mir noch eine Chance! Hö這些 sind Träne Däne üş fitış Das какая melting entender ... Ich kelle Und jetzt Das ist D chains Viel Ich liebe Deutschland Applaus